Halloween, Halloween, creepy crawly Halloween, trick or treating, all in fun, October 31st has come. Hallihallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein Watch Me Craft Video zu meiner Halloween Serie und zwar wollte ich dieses Mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, Resteverwertung machen und zwar habe ich mir überlegt, ich mache mir ein Banner mit dem Wort Halloween. Da habe ich mir jetzt hier schon mal Cardstock ausgeschnitten, das ist immer ein dunkelbrauner und ein schwarzer Cardstock. Maße ist eigentlich egal, ich habe sie wirklich ehrlich gesagt nur von meiner Restekiste rausgenommen und zusammengeschnitten. Und dann habe ich diese Wimpelform mit meiner neuen Stanze, was ich mir ja gekauft habe bei Stempelmeer, mir diese Wimpel eben hineingestanzt. Ich habe mir hier schon einen Faden bzw. das ist so ein Garn, habe ich mir hergenommen. Ich habe mir hier ganz viele Dekosachen, ich habe hier so kleine Restschnipsel von meinen letzten Projekten. Ich habe mir hier von MFT und von Sissi Design ein paar Stempelabdrücke koloriert, hier habe ich noch ein paar Glitzersteine, Geister und diese Filzfledermäuse. Und was ich mir noch hergenommen habe ist ein Alphabetsticker, wo ich mir eben das Wort Halloween draufklebe. Ich lasse einfach ein bisschen Hintergrundmusik laufen und werde einfach ein bisschen basteln und ich würde sagen, bis dato wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020